Wie gebe ich eine Uhrzeit auf Arabisch an? Dieser Frage wollen wir uns in diesem kurzen Video widmen. Du wirst feststellen, dass es aus der Perspektive eines Deutschsprachigen etwas eigenartig wirkt, wie die Uhrzeiten in der arabischen Sprache angegeben werden. Wir haben 14 Uhr. Zuerst brauchen wir das Wort Uhr auf Arabisch und dann die Ordinalzahl, die zweite. Die erste Regel. Uhrzeiten werden in femininen Ordinalzahlen angegeben, nicht in Kardinalzahlen. Ordinalzahlen sind Zahlen, die die Position und den Rang von etwas angeben, zum Beispiel Dritte, Vierte und so weiter. Die zweite Regel. Da Ordinalzahlen wie Adjektive verwendet werden, müssen die Zahlen in Geschlecht und Fall mit dem vorherigen Bezugswort übereinstimmen. Die dritte Regel. Wird die Uhrzeit als ein Adverb der Zeit verwendet, dann steht sie im Akkusativ, welcher sich in der Regel durch das A-Vokal äußert. Um ein Adverb handelt es sich, wenn die Uhrzeit die Frage wann beantwortet. Er geht um 7 Uhr. Wann geht er? Um 7 Uhr.